Wie kannst auch du in kürzester Zeit eine Online-Umfrage erstellen, um nützliche Daten, nützliches Hintergrundwissen von deinen Usern, von deinen Interessenten oder von deiner Zielgruppe zu erhalten? Genau das möchte ich dir in diesem Video zeigen und es sollte nicht länger als 5 bis 10 Minuten dauern. Denn ich nutze ja Funnel Cockpit und ich habe heute Morgen mir überlegt, ich habe meine XXL Starterbox, die ist kostenlos, da sind jetzt mittlerweile schon über 40 Mitglieder drin und ich möchte die mal befragen, wie zufrieden sie sind oder was ich verbessern kann. Und da Funnel Cockpit gerade sein neues Tool, sein neues Umfragetool 2.0 auf den Markt gebracht hat oder online gestellt hat, was ich nutzen kann, weil ich sowieso die Business-Version habe, aber was du schon ab der mittleren Version auch nutzen kannst, habe ich mir gedacht, ich probiere das doch direkt mal aus. Und ich habe nicht länger als eine Stunde gebraucht und ich zeige dir jetzt einmal, wie das Ganze aussieht. Ja, so, lass uns einmal reingucken, wir gehen hier in die Umfrage, genau, eine Fensteraufnahme, eben zurücksetzen, zack. Okay, wir sind jetzt drin, du solltest das hier sehen, ja, und hier oben siehst du Umfragen neu, das heißt wir haben jetzt gerade den, was wir haben heute, den 20.04. Und Funnel Cockpit hat jetzt gerade neu sein Umfragentool rausgebaut und es war wirklich super, super einfach, damit eine Umfrage zu erstellen. Ich habe die jetzt mal hier reingepackt, ja, ich habe vorher nicht so viel mit Umfragen hier gearbeitet, hast du gerade gesehen. Ich hatte zwar welche, aber die habe ich rausgeschmissen, weil ich sie nicht mehr benutze. So, das ist jetzt hier das Umfragen, Umfragen Creator Tool, könnte man sagen, ja, und das ist sehr, sehr einfach. Hier links siehst du die Fragen, die man stellen kann oder die ich stelle jetzt. Bei mir sind es drei Fragen, ich möchte die Leute nicht zu sehr belasten damit. Und dann gibt es hier Ergebnisse. Bei den Fragen ist es so, du kannst jeder Frage Punkt zahlen oder anders, du kannst den Antworten der Fragen Punkt zahlen zu messen. Also hier links haben wir die Fragen und das hier sind jetzt meine einzelnen Antwortmöglichkeiten. Und hier siehst du ganz rechts, ich vergebe Punkte für die einzelnen Antwortmöglichkeiten. Ja, ich habe beispielsweise hier, das ist super, ja, das ist so positive Tendenz, negative Tendenz, schlecht. Ja, und je nachdem vergebe ich auch meine Punkte. Und jetzt siehst du hier schon, ich habe Ergebnisse. Das bedeutet, ich habe vier Ergebnisse für meine Umfrage festgelegt. Und warum? Weil ich für jedes, jedes Teil, was hier angeklickt wird, extra eine Ergebnisseite habe. Okay. Und das hängt gar nicht damit zusammen, was hier nach noch beantwortet wird. Weil hier gibt es nochmal was zur Facebook-Gruppe. Ich kriege das auch per E-Mail geschickt. Dann, wenn jemand das neu ausfüllt. Und hier gibt es einmal das allgemeine Feld Wünsche. Aber das, was mich hauptsächlich interessiert, ist der erste Punkt. Und da will ich wissen, okay, ist diese Person zufrieden mit dem XXL-Starter-Bereich? Also bringt ihr das was? Weil ich möchte ja wirklich den Nutzen dahinter haben, um das auch verbessern zu können. Und je nachdem, wenn die Person sagt, hier oben in den ersten beiden Feldern, ja, cool, ich will unbedingt, Quatsch, ich finde das sehr, sehr cool. Dann geht es zu meiner Facebook-Bewertung, zur Bewertung der Facebook-Seite. Weil diese Person sagt, ja, okay, Steffen, ich finde die XXL-Starter-Box sehr, sehr cool. Und dann bitte ich sie nachher um mein Testimonial. Was ist jetzt aber, wenn die Person hier unten diesen Bereich markiert? Also entweder die Option hier wählt oder die Option. Ja, dann sage ich, also dann gehe ich in der Regel davon aus, dass die Person noch nicht in der Facebook-Gruppe ist. Weil da könnte sie ja alle Fragen stellen und auch ihr Feedback loswerden. Und deshalb sage ich, okay, alle Leute, die das angeben, die werden nochmal auf die Facebook-Seite gelenkt. Prinzipiell erst nach der Umfrage, ja. Frage 1, Frage 2, Frage 3 und dann kommt man zum Ergebnis. Wie das Ganze exakt aussieht, das zeige ich dir jetzt gleich. Diese Umfrage, die ich hier erstelle, wird dann eingebettet in meinem Funnel. Also ich habe hier, das ist der Fallstudien-Funnel von Funnel-Profi. Und hier ganz unten siehst du XXL-Starter-Box. Die Seite habe ich ganz schnell erstellt. Also auch die Umfrage habe ich wirklich schnell erstellt. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe. Also auf jeden Fall unter einer Stunde. Ich würde sagen unter 45 Minuten. So, und das hier ist eigentlich die ganze Seite. Ich habe hier oben nur Funnel-Profi das Logo eingefügt. Und der Rest von der Seite ist die Umfrage, weil die Umfrage integrierst du hier, ja. Also du gehst hier, wenn du das mal machen möchtest, dann gehst du hier unten auf Element hinzufügen. Und hier sind alle Integrationen, die man machen kann. Das Geile bei Funnel-Cockpit ist ja, dass du alles in Funnel-Cockpit erstellst und dadurch in Funnel-Cockpit vernetzt. Das heißt, das sind wenige Klicks, ja. Weil Funnel-Cockpit schon weiß, ah, die Sachen sind sowieso bei mir. Hier beispielsweise. Ich kann jetzt hier auswählen. Hätte ich mehrere Umfragen, wären da auch mehr drin, aber so nicht, ne. Und jetzt gucken wir uns das Ganze doch mal an, wie das aussieht. Weil das ist ja letztendlich das Interessante. So sieht das Ganze dann aus. Hier oben ist ein riesiger Fortschritts-Button. Und wir können es jetzt mal durchklicken. Super, na klar. Das finden wir vielleicht nur geht so, ja. Und dann kommt, was wünschen wir uns mehr? Mehr Starthilfe. Nächster Schritt. Vielen Dank. Jetzt siehst du schon, ich kriege hier unten eine E-Mail gerade. Ich hoffe, du siehst es. Ich weiß gar nicht, ob du es eingeblendet bekommst. Aber du hast auf jeden Fall gehört, dass da was kam. Ich habe jetzt direkt eine E-Mail gekriegt mit den Umfrageergebnissen. Und witzigerweise oder wichtigerweise, ist mir gerade schon aufgefallen, muss ich die Punkte vertauschen. Habe ich gerade schon gemerkt. Weil jetzt habe ich ja angeklickt, dass ich zufrieden bin und komme trotzdem auf die Facebook-Gruppenseite. Und das ist nicht richtig. Ich sollte nämlich auf die Bewertungsseite. Wir können das Ganze nochmal machen, weil es ist genau seitenverkehrt. Das heißt, ich muss das gleich nochmal ein bisschen korrigieren. Aber jetzt gehe ich hier runter und sage, nee, gefällt mir gar nicht. Ja, so, was fehlt hier? Anleitung. So, fehlt mir Anleitung. Jetzt hörst du gleich wieder. Bim, bim. Kommt gleich. Auf jeden Fall geht es dann hier jetzt zur Bewertung der Facebook-Seite. Das ist genau verkehrt herum gemacht. Das heißt, genau das werde ich umstellen. Aber was ich dir zeigen wollte, ist, wie einfach es wirklich ist, in Fungle Cockpit mal eben eine Umfrage zu erstellen. Leute, wenn ihr das in einzelnen Tools macht und das Ganze quer vernetzen müsst, dann ist das ein riesiger Aufwand. Und das geht hier total easy. Also, so, schau mal, ich gehe jetzt hier rein, gehe jetzt auf eben Ergebnis bearbeiten und sage, bei Punkt 3 gehst du bitte dahin, bei Punkt 4, ich muss es gerade nur tauschen, ja, bei Punkt 4 gehst du bitte dahin und hier kommt 1 und 2 jetzt rein und dann ist alles wieder richtig. 1, habe ich mich selber verwirrt mit meinem Punktesystem. Wie gesagt, Umfragen habe ich selber auch noch gar nicht so oft gemacht und deshalb sieht man, dass ich als Laie hier total schnell was kreieren konnte. Und du kannst natürlich nach deiner Umfrage hinleiten, wo du willst. Also, was du auch super, super machen kannst, sind Tests damit, ja. Also, beispielsweise, ich werde jetzt demnächst einen Funnel-Berater rausbringen. Das heißt, so ein Test, was ist der perfekte Funnel für dich? Und da gibt es irgendwie 3, 4 Fragen. Und je nachdem, was die Person auswählt, wird sie auf eine spezielle Antwort, auf eine spezielle Seite gelenkt, wo ich ihr sage, okay, das ist der perfekte Funnel für dich. Dann erkläre ich den Funnel und sage, wie man ihn aufbaut. Ja, das ist mein Ziel. Das werde ich jetzt machen im Rahmen der Sales-Page von Funnel-Cockpit, die ich, oder der eigenen Sales-Page, die ich baue. Und genau. So, das war es, was ich dir zeigen wollte. Und ich hoffe, dieses Video hilft dir ein bisschen, das Ganze einzuordnen. Du siehst, ich habe auch mein Funnel-Cockpit-Shirt endlich. Das heißt, ich bin ja kein Teil von Funnel-Cockpit. Ich bin einfach nur ein begeisterter User. Und zwar so begeistert, dass ich mir T-Shirts kaufe. So sieht es aus. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was du machst. Wenn du Bock hast, auch in die Funnel-Starter-Box zu kommen, die ist aktuell noch kostenlos. Da sind ganz, ganz viele kleine Kurse drin, die dich weiterbringen für deinen ersten Funnel, für deinen Funnel-Start. Dazu gibt es die Funnel-Profi-Insider-Facebook-Gruppe, wo ich dir auf deine Fragen antworte. Und zwar in Form eines Videos, in Form eines Kommentars. Ganz oft ist daraus schon entstanden, dass ich mit den Leuten dann Live-Zoom-Calls mache und mit ihnen ihre Fragen beantworte. Weil ich möchte, dass du weiterkommst und dein Online-Marketing aufs nächste Level bringst. Ja? Okay. Ich wünsche dir einen tollen Tag und sage bis bald. Dein Steffen. Ciao.